... ... ... ... ... ... Ein Ableger der Shinobi Reihe und da muss ich direkt einen Fehler eingestehen, denn ich habe ja zuerst The Revenge of Shinobi, ist das glaube ich, gespielt, weil ich der Ansicht war, dass es der zweite Teil ist, aber eigentlich ist Shadow Dancer die Nachfolger vom originalen Shinobi. Man muss aber vielleicht ein bisschen was dazu sagen, weil Shinobi war eigentlich ein Arcade-Titel und Shadow Dancer ist der Nachfolger vom Arcade-Titel von Shinobi, in Anführungsstrichen storytechnisch will ich aber sagen, dass The Revenge of Shinobi dem eigentlichen Shinobi, dem ursprünglichen Shinobi, ja, nachkommt. Ja, ähm, ich habe das Spiel als Kind schon sehr hart gezockt früher, äh, habe es nie schaffen können, trotz Trainer, äh, weil meine Version, oder unsere Version damals, unsere Disketten-Version, äh, kam über ein bestimmtes Level hinaus, also, es ging einfach nicht weiter. Und das war relativ nervig. Ich hoffe mal stark, dass ich das jetzt in dieser, oh je je, Moment, oh mein Gott, dass ich das in dieser Version jetzt nicht mehr habe, äh, dass ich das jetzt hier ganz normal durchspielen kann. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, ansonsten, äh, ganz normaler Sidescroller, äh, sowieso. Also ich sag mal, wenn man das Spiel kennt und wer auch das originalen Shinobi kennt, ne, habe ich auch bei einer Mega Classic mit drin, äh, der wird schon viele Parallelen entdecken, äh, von daher, da gibt es jetzt eigentlich nicht viel zusätzliches zu sagen, außer dass es um einiges besser aussieht. Das ist auf jeden Fall, wir können schon mal Start machen. Stage 1, 1. Ja, ich bin übelst vollgefressen immer noch. Ich habe vor, ich gucke gerade mal, knapp sieben Stunden Pizza gefressen, selbst gemacht und ich bin immer noch so vollgefressen, das ist unglaublich, ne. Ja, das sind wir und wir, das Schöne ist, wir haben einen Hund und ich habe diesen Hund als Kind geliebt. Ich liebte ihn einfach so hart, ne. Also ich wollte jetzt nicht unbedingt mit ihm schlafen, aber, oh nein, okay. Ja, wenn, wenn die Gegner nah dran kommen, können wir mit unserem lustigen Schwert schießen, äh, schlagen. Schießen, genau, Dennis, ja. Ja, komm, steh auf. Stand up. Ja, aber hier, der, der Hund, der macht das, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Komm, sei cool, Hund. Sei cool. Ich bitte dich. Ach, weißt du was? Da, jetzt, jetzt geht's, wer, jetzt hätte er es getan. Weil das Coole ist, der Hund kann nämlich auch den Gegner auf den Sack gehen, der holt ihn dann nämlich aus der Deckung raus, legt ihn dabei noch ab und in der Zeit kann ich ihn dann nämlich schön abballern. Oh, das ist wundere, wundere voll. Ja, okay, warten wir mal hier nochmal über, haben wir den hier, zack. Aber unser Hund kann auch kaputt gehen, oh mein Gott, ja. Ui, 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 ha, jetzt haben wir Power-Schüsse. Begrüßt jetzt hier aktuell noch nicht sehr viel, weil wir haben jetzt, glaube ich, noch keine Gegner, die jetzt irgendwie mehr als einen Schuss aushalten, beziehungsweise irgendwo eine Panzerung haben. So, ganz schön knapp. Okay, jetzt müssen wir, jetzt, oh, wie soll ich den jetzt gerade, Moment. Moment, okay, äh, äh, ja, der war ganz geil. Oh, das war fies. Oh, nein, so. Ha, okay. Ja, unsere Aufgabe ist es auch jetzt, ähm, bevor, wann es geil ist, ich weiß nicht, ob das Bomben darstellen soll oder so. Wenn wir alle davon haben, vier Stück, man sitzt hier, dann können wir in die nächste Stage gehen. Und, Stage completed, oh mein Gott. Ja, es ist auch auf jeden Fall ein relativ kurzes Spiel. Ähm, man kann hier Game Overgate, ist eigentlich so eine Mischung aus Big Dangerous und, äh, Second Samurai. Wir haben jetzt zwar keine Passwörter, es ist aber bei weitem nicht so schwierig wie, äh, Big Dangerous. Zumindest behauptet ich, es ist einfach mal kackendreist. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie die letzten Level werden. Die Penner! Da wird uns Power helfen. Wie weit geht denn der Frisbee? Ja, okay. Nicht allzu weit. Aber es hat gereicht. Ha! Oh, scrollende Level. Ja, okay, die gab es eigentlich auch schon im letzten Teil. Ah, sehr gut. Ja, man kann aber auch sehen gleich, glaube ich, hoffe ich. Ja, gleich wird unser, oh mein Gott, gleich wird unser Hund klein. Das bedeutet, der ist quasi besiegt für eine bestimmte Zeit. Ähm, beziehungsweise, ich glaube, bis wir so einen Power-Up bekommen. Also so eins genau von den Dingern da unten. Ja, komm, schmeiß ein Kack, danke. Und einmal rein, Schwert und er ist wieder groß. Wunderbar. Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz witziges Spiel. Oh, fuck! Nein! Nicht, jetzt schon Leben verlieren. Man hat nicht viele, wie er da oben erkennt könnte. Ich habe es nur noch eins. Scheiße. Ah, es war auch so ein sinnloser, so ein sinnloser Verlust. Ernsthaft. Ja, komm. Das hat jetzt eh nicht viel Sinn. Komm, hau ab. Ah, okay. Es gibt natürlich auch wieder am Ende jeder Welt. Ich weiß noch nicht, wie viele Welt es hier gibt. Ich habe im ersten, äh, Shinobi gab es ja schon so ein... Alter, das kann nicht sein! Ah! Okay. Im ersten Shinobi gab es ja, glaube ich, schon so sechs, sieben Welten? Acht? Vier? Ich weiß es nicht. Wie viele es hier gibt, weiß ich leider auch nicht. Man hat ja beim alten Shinobi so eine schöne Kartenvorschung gehabt. So eine kleine Map. Mit den ganzen, äh, Endgänger und so. Da können wir jetzt zumindest schon mal abziehen, wie viele es da ungefähr gibt. Ob wir hier sowas haben. Also zumindest, in der ersten Welt hatten wir es jetzt nicht. Ich, ich treffe ihn nicht. Ja! Himmel, Arsch! Hui! Ja, ich wusste, dass da einer steht. Wenn du wirklich richtig stehst. Uh, nein, 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 nein. Oh, hau ab! Ha! So. Ich brauch noch so einen Power-up. Ja, du musst noch eins. Ja, tanks! Ja, komm! Ich will weg hier. Uiuiui! Muss ich ins Zugzug rein? Okay. Gerne doch. Brrrrrrrrt! Achso, wir haben ja auch eine super Attacke. Genau, die kann ich euch eigentlich auch irgendwann mal vorführen. Irgendwann mal, genau. Okay, jetzt haben wir schon hier den ersten Boss. Sieht ein bisschen aus wie Tay-O. Der Kollege hier von, oh mein Gott. Äh, auch vom ersten Shinobi. Dem konnten wir eigentlich nur ein Gesicht treffen. Dem müssen wir jetzt hier so ein bisschen an einem Oberarm treffen. Wirkt aber bisher noch relativ gediegen. Äh, willst du mich reinlegen hier, oder was? Du musst eigentlich nur an der richtigen Höhe die Shurikens werfen. Habe ich euch auch schon mal ein paar mehr erwähnt, ne? Ich liebte als Kind Ninjas, ne? Also, als Kind der 90er zu sein. Da gab es zwei Sachen. Dinosaurier und Ninjas. Und das war der Shit. Erste Welt geschafft. Oh mein Gott. Ist das schön. Challenge for Player. Ja, Bonus Stage. Für ein Bonusleben. Das müssen wir schaffen, auf jeden Fall. Denn wir haben nicht mehr so viele. Das ist das erste Mal, das kennen wir auch noch. Welcome to Bonus Stage. Shoot all Ninjas, okay? Hau ab. Ach cool, die explizieren so lustig. Das ist also nur... Das ist nur heiße Luft quasi. Habe ich verstanden. Ah, coole Sache, ey. Ja, macht richtig Bock direkt das Spiel wieder, ne? So wie früher damals. So richtig schön archadig. Kann auch wirklich unter Umständen sein. Je nachdem ich mich anstelle, was ich da bezweifeln würde nach meiner Leistung in der ersten... Nein! Welt. Oh. Dass wir das Spiel direkt in der ersten Aufnahme schaffen, glaube ich aber wirklich nicht. Nee. Ich setze mich gegen Game Over und, äh... Versuch's dann vielleicht nochmal einmal. Weil ich meine, jetzt die ersten drei Level gehen also wirklich super schnell von der Hand. Was jetzt so oft nicht zukommen wird, warten wir uns mal ab. Ich behaupte mal, einfacher wird's nicht. Okay. Schon mal nicht schlecht. Aber wie soll ich denn hier treffen? Ja, ja, Hund. Oh mein Gott. Der Hund ist gut. Der gefällt mir. Ich hab ihn früher immer Fido genannt. Ist Fido so ein typischer Hundenname? Außer mein Kind hab ich noch nie so... Oh nein, Ninjas. Andere Ninjas. Oh. Der ist immer noch da, ne? Nicht schon... Nein! Doch wie dumm! Ja, hallo. Get to Ninja Magic. Was? Ja, okay. Ich hab noch zwei Continuous. Fuck. Scheiße. Achso, okay. Das Ding ist immer noch tot. Oh mein Gott. Okay, auf jeden Fall gleich erst mal den Ninja töten. Sinnloser Lebensverlust, echt. Der einzige, wo ich mir denke, jo, der war begerechtfertigt, der Lebensverlust, war jetzt grad nur die Ninja. Der Rest war Dummheit. Weil ich den Ninja halt irgendwie auf dem Schirm hatte. So, komm her. Sackkratze. Ah, okay. Der muss dann immer erst mal in seine Kampfstellung gehen. Vorher kann ich ihn offensichtlich nicht treffen. So. Ha! Enter at own risk. Ui! Machen wir mal trotzdem. Ich nehm das Risiko. So. Power! Haha. Ja, komm, 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 komm. Ich wusste auch nie, was er für Waffen hatte. Ob er zwei Schwerte hat oder ob er einfach nur so Plastikstäbe sind oder so. Weiß ich nicht. So, okay. Können wir da hoch? Nein. Können wir nicht? Können wir da nicht hoch? Ah, geht doch. Sägeröl! Oh, mit Power sind die Ninjas ja fest. Messer! Messer! Quispiii! Treffe ich den denn nicht, sag mal? Huh? Oder auch doch? Haha, ich weiß. Oh nein, oh nein. Oh, wir sind zu viele. Nein! Ja, perfekt, okay. Häh! Okay. Stage 2, 1 geschafft. 1, 2, 1, 2. Check this out. Aber wir haben jetzt ne Magie mehr, ne? Das ist ganz geil. Versuche ich mir auf jeden Fall irgendwie aufzuheben. Gegen irgendwelche tollen Gegner. Nee, 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 nee. Ja, es hat mir damals wirklich, also ich hab mich einfach in den Hund früher auch verliebt und natürlich Ninjas, ne? Also wie gesagt, Kind der 90er, Ninjas und Dinosaurier. Dat war's. Heutzutage ist es Justin Bieber und veganen Essen. Keine Ahnung. Ach komm, Hund. Wir wollen doch erstmal hierhin. Ja, mein Hund ist gut. Ja, du Sackfresse. Schieß. Ah, okay. Schieß doch mal. Oh, das kann ich sein. Hallo. Ich glaub's nicht, ne? Ja. Mein Gott. Ist ja cool, wenn der wirklich auch immer dann werfen würde, wenn ich drücken würde. Food. Ja. Das schafft ja bestimmt mein kleiner, kleiner Hund. Wir sind quasi abhängig von der, äh, Animation des Gegners. Das finde ich sehr interessant, ob wir den jetzt treffen oder nicht. Ui! Oh, okay. Oh, 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 oh. Das war schon wieder sehr knapp. Wo steht eigentlich safe? Weil, wie gesagt, im ersten Schritt in den Shinobi waren das noch Leute, die hier retten. Ach, shit. Was so erst, äh, dann war es wirklich noch Leute, die hier retten. Muss das auch irgendwo sinnvoll, aber hier sind es ja irgendwie Bomben oder so. Ich weiß es nicht. Ja, okay, komm. Also, ich sehe wirklich schwarz, dass wir es beim ersten Mal schaffen, ohne dem Ohr zu gehen. Aber grundsätzlich, äh, ui! Waren das alles jetzt auf jeden Fall noch vertretbare Tode? Jetzt siehst du, wo ich mir denke, heilige Scheiße, wir willst das denn schaffen. Komm, greif ihn an! Greif ihn doch an! Und, ah, nicht bellen! Du bist ein Überbiss. Du bist wie ein Affe, Junge. Oh. Ohne die bellen bei sich. Ja, okay, jetzt ist er wieder lieb, ne? Ich will ja wieder zu streicheln. Komm, schieß. Danke. Ha, 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 ha! Da bin ich sie in den Grutschbacken dann schon mal weg. Ist ja auch schon mal nicht schlecht. Hört ihr eigentlich, dass ich mich drücke? Ich denke mal schon, ne? Ja, du Kackschussarsch. Warst du, der mich gerade getötet hat? Oder was? Du warst das, ne? Natürlich war der das. Man sieht doch, es werden immer mehr Sachen, die wir retten, entschärfen müssen, einsammeln. Die wir einigen müssen mal auf... Einsammeln! Boah, oi, oi, oi. Gut, äh, die Ninja bleibt... Was? Was hat mich denn da getroffen? Ah, ich habe noch drei Credits. Habe ich gerade gesehen. Das ist doch relativ viel, was wir hier eigentlich haben. Finde ich erstmal nicht schlecht. Okay. Ui, ui. Oh, Alter, war das knapp. Wo ist mein Hund? Bist du wieder am bellen? Ja, okay, aber er ist tot. Ob sich hat es was gebracht. Ich weiß nicht, ob es etwas bringt, wenn wir Punkte sammeln ohne Ende. Weil, äh, wegen Leben und so. Also, die dürfen uns auch nicht anspringen, die Kack Ninjas. Da, schaut euch das an! Wo ist denn die Hitbox von den Viechern? Ich mag die Ninjas echt nicht. Ich weiß, ich habe gerade noch gesagt, ich mag Ninjas. Aber ich finde, unsere Ninjas sieht jetzt gerade auch nicht so umliegt so wie einer aus. Ich kenne also diese Motivkommuninjas, die einfach nur eine Farbe haben. Und die Fresse so halbwegs verdeckt haben. Also, die technischen Hintergründe, warum die so aussehen, weiß ich mittlerweile. Äh. Aber ich finde, unserer sieht eher so aus, wie als würde jetzt irgendwo im Nahen Osten eine Mission haben, ne? Komm, okay. Ich nehme schon Abstand, okay? Penner, ey. Die Ninjas, also die Kinder, haben später auch noch mal eine andere Farbe. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die jetzt auch irgendwie dann irgendwie ein anderes Muster haben oder so. Also ein anderes Kampfmuster. Da gibt es welche die ganze Zeit nur, muss ich hin und her, so wie den Spack zum Beispiel. Die mag ich nicht. Mann! Ich glaub's nicht. Oh, hee, 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 hee. Ja, trotzdem echt gute Amiga-Musik. Also treibend. Amiga gehört natürlich mehr als das, aber ich meine, ne, das Spiel ist von 91, glaub ich. Also irgendwie 89, 91. Zum Beispiel, die Arcade-Version kam 89 raus und dann die Amiga-Portierung Anfang der 90er. Wahrscheinlich, äh, zu einem Zeitpunkt, an dem 80% von euch noch nicht gelebt haben. Denn es gehört zu den anderen 20%. Einfach bücken, natürlich. Kann man ja natürlich auch noch machen. Ich Horst. Ja, was hab ich denn zum Geburtstag überhaupt bekommen? Jo. Ist eine, eine gute Frage, die euch wahrscheinlich überhaupt nicht interessiert. Ich kann, ich kann es auch versuchen, auch zu sehen. Erstmal hab ich zwei neue Kissen bekommen von meiner Mutter. Das sind so selbstaufblasbare Kissen. Finde ich ganz toll, die Dinger. Ui. Dann hab ich noch, äh, äh, Special Limited Edition von Fallout. Outbekommen, wo die ganzen, äh, Spiele drin sind für den PC. Was ich auch sehr cool finde. So ne, so ne, oh mein Gott, Atombombenformat. Extrem geil. Auch vom, hier, von meinem Bruder, ne. Der heißt ja auch, äh, Shadow Dancer, beziehungsweise Shadow Wolf. Ist ja immer sein Nickname. Ich weiß ja auch, woher er seinen Namen hat. Der hat nämlich auch gespielt, das Spiel. Ähm. Dann hab ich noch bekommen, äh. Komm, hüpf, 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 danke. Da hab ich noch bekommen, 1080 Snowboarding von der Julia. Dann noch, ui. Ui. Da hab ich noch. Jung. В